Irgendwann haben sie ja dann auch mal Bohrgeräusche gehört. Haben sie es gehört, wie der Bohrer näher kam? Also ich selber habe das überhaupt nicht wahrgenommen, gar nicht. Ich bin nur wach geworden durch einen Wasserschwall von oben. Und wir saßen dann schon mehr zusammen gedrängt in einer kleineren Gruppe. Der Raum wurde auch immer enger. Und wir wurden wach. Einmal hörte ich Gebrüll und gleichzeitig Wasser, Schlag von oben. Und dann ist man so, also wirklich von der einen tiefsten Gedankenerscheinung sofort in die Gegenwart gekommen und brüllte. Und nach dem Motto, jetzt kommt das Wasser von oben rein. Wir hatten ja nicht mehr so die Zeitvorstellung, wo ist was passiert. Also konnte ohne was das so sein, dass Wasser jetzt oben in die Höhle einbricht und wir doch noch ersaufen müssen. Das war also, nachdem wir so lange ausgeharrt haben, das Schlimmste mit, was man sich vorstellen kann. Also haben wir gebrüllt wie verrückt und Hilfe und sonst was. Und schwupp, das Wasser war zu Ende. Nichts mehr. Ruhe. Absolut Ruhe. Hat kaum jeden Mann noch kurz geatmet. Ja, was denn nun? Irgendeiner greift so mit der Hand in den Raum und tastet die Gegend ab. Nach dem Motto, da ist doch was gewesen. Was kann das sein? Und umfasst dieses Eisenrohr. Und da sagt er, wenn wir sind gerettet, hier hat jemand gebohrt. Gebohrt nach uns? Und wir haben gebrüllt wie die Verrückten. Haben uns gefreut. Da hat man nach uns gebohrt und uns gefunden. Also jetzt muss man ganz schnell sich das vorstellen, wie gravierend schnell die eine Stimmung auf die andere schlägt. Todesangst und gerettet werden. Das war gleichzeitig. Bis man das so verkraftet, ja. So, das Rohr, okay. Haben wir realisiert, ist da. Rettung ist wahrscheinlich da. Genau wussten wir es nicht. Wie machen wir uns bemerkbar? Die Merkelsteine nehmen, die Nassen ans Rohr geklatscht, die zerfielen gleich. Das war gar nichts. Macht nur Buff, Buff, nichts. Die sagten selber schon mal, das haut so nicht hin. Wir brauchen festere Steine. Haben wir aber nicht. Und einer, der hat noch ein Messer. Das hat er aber wohlweislich in den Stiefel gesteckt, weil andere das Messer schon haben wollten. Weil er der Meinung war, wenn ich draufgehe, dann gehen andere auch mit drauf. Alleine sollte keiner übrig bleiben. Also hat er das Messer in Schaftstiefel gesteckt und da ist es verblieben. Das muss man sich vorstellen, nach so vielen Tagen, nach zehn Tagen also. Wasser in den Beinen, in den Stiefeln auch. Der Fuß ist angeschwollen. Die Hände sind ja auch klobig angeschwollen. Jetzt musste er das Messer aus den Stiefeln herausholen. Und die Minuten vergehen. Der Bohrer steht noch und er versucht es, das Messer rauszuholen. Und er hat Todesangst, wenn er das Messer nicht rechtzeitig herauskriegt und der Bohrer weggezogen wird. Er sagt, was dann? Dann haben wir die letzte Chance verspielt. Das kann es doch nicht sein. Also er wühlt und wühlt und wühlt und irgendwie nach fünf Minuten, man muss sich das vorstellen, fünf Minuten vergehen, ohne dass etwas passiert. Und er kriegt das Messer heraus und schlägt an das Eisrohr und gibt Alarm. Eins, zwei, drei. Und dann sind die oben umgefallen, als sie das gehört haben. Jetzt zieht das Rohr nach oben weg. Da wussten wir immer noch nicht. Haben die uns gehört? Ist das angekommen da oben überhaupt? Und Bernhard Wolter, wie ich weiß, das war der einzige, der hängt sich an das Rohr und will es festhalten. Also das kann da nicht weggezogen werden. Wir sind doch hier und brüllen das Rohr rein. Achtung, Hilfe, Hilfe. Alarmann, in einem Chor, brüllen wir da. Ich glaube, der hat das so eins zu eins wie er oben gehört. So kam das aus dem Rohr raus. Er hat uns auch gehört.